Wir kennen das Problem seit 50 Jahren, wir müssen endlich handeln, der Planet wird kaputt. Wie noch nie, warum stoppen wir das nicht endlich? Unsere Regierung muss die Verantwortung übernehmen. Hitzewellen, Türen, die Landwirtschaft wird nimmer funktionieren. Die Leute werden sich die Köpfe einschlagen, da ist nix zum Essen haben. Wir müssen jetzt handeln. Firmen wie die OMV sponsern diese Ausstellung beispielsweise. Sie wollen sich eine reine Weste waschen mit solchen Förderungen, genau wie die Tabakindustrie da.